Jetzt der angekündigte Redebeitrag der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak B. Entschuldigung. Ja, hallo. Liebe Leute auf der Straße, im Namen der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak B. danke ich euch allen, dass ihr herzlich gekommen seid. Unsere Initiative versteht sich als eine Plattform, in der sowohl Familie und Freundeskreis von Burak, antirassistische Gruppen, politische Künstlerinnen und Künstler...